Hallo Patrick, willkommen in Geneva. Vielen Dank, ich bin sehr froh, hier in diesem schönen Stadion zu sein. Kannst du dich vorstellen? Ja, ich bin Patrick Flücke, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme jetzt aus den Niederlanden, von Roter Kerkrader. Ich spielte vorher in Deutschland für ein paar Klubs. Meine Position ist, ja, ich bin nicht der typische lefte Ringer, aber ich stehe in der Runde jetzt. Aber ich kann auch in der Mitte spielen, als Nummer 10, Nummer 8. Also, ja, offensiv allrounder Spieler. Das Spiel ist, da ist Flücke, kann mal abziehen und wie! Wunderbares Tor! Last season was a good season for you, huh? Yes, the last two seasons were a really good season for me. I tried to do like a next step in my career in Roter Kerkrader. And the first year was pretty good and the second year was even better. And I'm happy that I played these two seasons and be here now. Do you have a first message to the fans? I guess I'm a player who every day gives 110%. I try to give everything for the Colors from Geneva. And I try to give all to the club and I hope we get some good results. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bis zum nächsten Mal.